Frühkommen zu einem aufregenden Tag in der TU Bundesliga. Das Stadion vibriert vor Erwartung, die Energie der Fans ist ansteckend und die Boone ist bereitet für ein holzockteiniges Duell, das das Schicksal der Saison formen konnte. Das heutige Spiel bietet zwei formidable Mannschaften, Gide auf einem unmöglichen Streben nach Aufstieg. Beide Teams haben bemerkenswert, wie das Star-Hikai, Tisches Geschick und individuelle Brillanz waren die gesamten Kampagnen gezeigt. Dieses Aufeinandertreffen verspricht ein faszinierendes Duell der Kopfe und des Willens zu werden. Obwohl die Spieler ihre Positionen einnehmen, sportt man die Spannung in der Luft, das Mittelfeld wird ein Heißumkampf die Schlachtfeld sein, die Abwehrreihen werden rigoros getestet, jede Offensive-Übung bückt das Potenzial, das Spiel auf den Kopf zu stellen. Abziehtrainer haben ihre Strategien akribisch ausgearbeitet und sind bereit, ihre Pläne im Streben nach dem Sieg zu entfesseln? Die Dauer zwischen Fortuna Dusseldorf und Karlsruhe SC ist eine Significant outcome that reflects the competitive nature of the two Bundesliga. Both teams demonstrated their strengths and weaknesses throughout the match, with neither side able to secure a decisive advantage. This result emphasises the tight margins that can define league games and highlights the need for both teams to address specific areas in their performance. For Fortuna Dusseldorf, the draw is a missed opportunity to build on their strong start to the season. While they displayed moments of quality, their inability to secure a win suggests areas where they need to improve, particularly in maintaining momentum and converting opportunities into decisive results. This result will prompt a reassessment of their strategy and performance, as they seek to strengthen their position in the league and ensure consistency in future matches. Karlsruhe SC, on the other hand, can take positive lessons from the draw. They demonstrated resilience and tactical adaptability, managing to secure a point in a challenging away fixture. This performance indicates their potential to compete effectively against strong teams and highlights their capacity to remain competitive throughout the season. The draw will be seen as a valuable point gained, and Karlsruhe will look to build on this foundation as they continue their campaign. Overall, the match underscores the unpredictable nature of the league and the importance of seizing opportunities.